I'm trying to say goodbye and I choke. Ich werde es verpassen. Ne, ich werde es verpassen. Alles gut. Enzo, bitte. Nochmal so etwas fragen und es wird no end zu November. Ist das klar, ja? Mein Chris. Man muss es verpassen. Ich werde es verpassen. Man muss es. Er sagt, wenn du dich anschauen bekommst, du hast eine Süßigkeit. Oha, schick sie dann bei Post. Oha, was sind das für Süßigkeiten? Dann strech ich mich vielleicht an. Guten Abend. Guten Abend, Snacks. Wurfstein oder Wurfmesser? Immer Wurfmesser. Was? Wo ist mein Wurfmesser hingeflogen? Wer machst du noch mit Handcam? Ich habe dabei nicht vor, sie wegzumachen, weil sie sehr gut ankommt. Kibot, Chips, Kekse und noch mehr. Wow. Sehr verlockendes Angebot. Kibot, 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 Kibot. Handcam 10 von 10. Was würdet ihr sagen, Chat? Gefällt euch die Handcam 1? Gefällt sie euch nicht 2 in Chat? 1 oder 2? Handcam geil, ja. Äh, 1. Und nicht geil, 2. Mann, was für 5, was für 4? 3 für egal, ja? 3 für egal. Ich habe eigentlich schon ein paar Zweier. Ein paar Zweier, ein paar Zweier. Muss um 180 Grad gedreht werden. Nein, nein, nein. So ist es perfekt. So macht man eine Handcam. Perfekter Winkel. Drei Fußcam. Also Oval würde ich sagen, dass euch auf jeden Fall gefällt, ja? Oval würde ich sagen, kommt auf jeden Fall gut an. Dann lassen wir sie dabei noch so. Außer ich kriege irgendwann ein sehr gutes Argument, warum ich sie weggeben sollte. Naja, safe Chris. Überpassung recon, flyover. Copy. UAV ist auf Station. Recon online. Kill confirmed. Wir locooof uns. Enemy countering UAV. We advise the enemy's activated enough link. Locate them and secure that intel. Bingo. Enemy destroyed. We can have to hunt down the rest of them. Zeige Mist, ehrlich? Richtig. Wie ist die MX-9 sehr, sehr krass? Stimmt, dass du mal in Minecraft gezockt hast? Ja. Ja, ich habe sehr lange Zeit sogar Minecraft gezockt. Da war ich voll, voll, voll drinnen. Viel zu tief drinnen. Och, Mann. Ist so gezockt in Minecraft immer online. Also ich habe immer so... Ich war ein riesen PvP-Fan. Also was alles, was zu Survival Games und so angeht. Und irgendwann habe ich mich in Soup PvP verliebt. Jetzt kennt das von euch noch wer, Chat. Soup PvP. Dieses, wo du gegen andere spielst, aber dich mit Suppen gegenheilen kannst. Kennt ihr das noch? Das ist geil gewesen. Ja. 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 Das ist eine었다 höchst. ухge. Hallo, dann geht's. Okay. Use your TAC map to hunt down the rest of them. UAV action. This window is about to grow. Target down. Marching the rest of them. Nah. Marching the rest of them. Wunderbar. Movement is really cool. Movement is really insane. War das nicht immer so, dass man den Mülleimer landen kann, ohne Damage zu bekommen? Oder habe ich den Mülleimer gemisst? Habe ich den Mülleimer gemisst? Das ist was in seinem Movement. Wir haben einen Moment. Wir sind so, dass wir hier mal runtergehen können. Wir sind до 10. Wir können das mal gewinnen. Ein heroes. Einhen wir? Okay. Wunderbar, manneking mit dem Ding was geht. Wunderbar, manneking mit dem Ding was geht. Wunderbar, manneking mit dem Ding was geht.